Herzlich willkommen zum LAN-Update2go. Heute geht es weiter mit dem dritten Teil unserer Serie zum Thema Retail. In dem betrachten wir das Thema Shop-in-Shop. Was ist das überhaupt, warum wird das genutzt und welche passenden Produkte hat die LAN-Komm dazu im Sortiment? Was ist jetzt ein Shop-in-Shop-System? Großflächige Einkaufsstätten wie Kauf- oder Warenhäuser heben bestimmte Teile ihres Sortiments als Spezialabteilungen heraus, sogenannte Shop-in-Shops. Das können Textilien sein, Pflegeprodukte, Parfum, Kaffee, Spirituosen oder Lebensmittel in Tankstellen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und werden breit genutzt. Auf diesen angemieteten Verkaufsflächen sticht die jeweilige Herstellungsfirma dieser Marken nicht nur durch ihr individuelles Branding hervor, sondern betreibt diese Fläche als unabhängigen Shop vom Rest der Einkaufsstädte inklusive der gesamten IT-Infrastruktur. Für einen sicheren und zugleich pragmatischen Betrieb sowohl für den Vermieter der Ladenfläche als auch für den Shop-in-Shop-Betreiber bietet LAN-Komm das exakt passende Paket. Schauen wir uns mal die beteiligten Protagonisten an. Da wären auf der einen Seite die Vermieter der Ladenfläche. Die Vermieter erwarten, dass die Shop-in-Shop-IT-Infrastruktur unabhängig von ihrer eigenen betreut wird. Dann, dass der Shop-in-Shop-Betreiber nicht ihre Internetbreite beansprucht. Natürlich auch, dass der Shop-in-Shop-Betreiber keinen Zugriff auf das interne Netz der Filiale hat. Dann, dass keine aufwändigen Installationsarbeiten bei der Inbetriebnahme entstehen, also Dreck, Beeinträchtigungen des Geschäftsbetriebs etc. und dass die verbauten Netzwerkkomponenten keine Interferenzen mit ihren eigenen auslösen. Auf der anderen Seite haben wir die Shop-in-Shop-Betreiber. Und die erwarten, dass die Kasse funktioniert. Und dass auf den Preisschildern die aktuellen korrekten Preise angezeigt werden. Darüber hinaus, dass die benötigte Hardware vor Ort sich in Grenzen hält. Oft ist ja nicht viel Platz da. Dann wollen sie keine Zeit mit IT-Wachtung verschwenden. Sie haben eh kein Personal dafür vor Ort. Sie wollen sich also auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Und dass ihre Kunden von neuen Diensten oder Angeboten ihres Unternehmens profitieren können. Um diese unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen, muss sowohl die sichere Netztrennung und Performance des Vermieters sichergestellt werden, als auch eine zuverlässige und performante Anbindung für den Shop-in-Shop-Betreiber gewährleistet sein. Am besten gelingt das mit Mobilfunkroutern, die LTE oder 5G zur Internetanbindung nutzen. Sie sind schnell installiert, müssen nicht aufwendig in die Infrastruktur des Vermieters integriert werden und schützen die Autonomie und Interessen beider Parteien. So können sowohl die Filiale, in der sich der Shop-in-Shop befindet, als auch der Shop-in-Shop unabhängig voneinander und höchst performant an ihre jeweiligen Zentralen angebunden werden. Und durch einen VPN-Tunnel gesichert, ist die Anbindung zuverlässig und wie gesagt sicher. Auch beim Betrieb der E-Paper-Access-Points und Displays koexistieren WLAN- und E-Paper-Funkverkehr perfekt miteinander und sorgen für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb im Shop-in-Shop und in der Filiale. Schauen wir uns mal anhand der Grafik ein Shop-in-Shop-System an. Das Netzwerk der Filiale muss sauber von dem Netzwerk des Shop-in-Shops getrennt werden. Das geschieht am einfachsten, indem das Shop-in-Shop-Netzwerk einen eigenen Internetanschluss hat. Damit ist die Netzwerkstruktur in jedem der Shop-in-Shops gleich und kann von den Shop-in-Shop-Betreibern einfach ausgerollt werden und betrieben werden. Dabei kann das komplette Feature-Set der LAN-Comping-Geräte, also ein eigenes WLAN für Kunden, digitale Preisbeschilderung etc. in den Shop-in-Shops angeboten werden, egal wie die Filiale strukturiert ist. Welche Produkte von LAN-Com sind denn jetzt ideal für einen Shop-in-Shop? Das hängt unter anderem natürlich auch von den Bandbreitenanforderungen ab. Für Standorte mit geringeren Bandbreitenanforderungen sind unsere 4G-SD-Warn-Gateways ideal, die in verschiedenen Ausfertigungen zur Verfügung stehen. Unsere Empfehlung ist aber, speziell bei höheren Bandbreitenbedarf bzw. wenn abzusehen ist, dass der Bandbreitenbedarf steigen wird, ein leistungsstärkeres Gerät mit 5G zu wählen. Wenn Sie sich unsicher sind, welches Gerät das richtige für Ihr Shop-in-Shop-System ist, dann nutzen Sie gerne unseren Router Matchmaker, um in nur wenigen Sekunden den passenden Router zu finden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema Netzwerklösungen für Shop-in-Shop-Systemen etwas näher bringen. Wir sind sowohl mit unserem Produktportfolio als auch mit der jahrelangen Erfahrung im Bereich Shop-in-Shop-Systeme in der Lage, alle Bedürfnisse zu bedienen. Dabei bieten unsere Lösungen sowohl die benötigte Zentralisierung als auch die benötigte Individualisierung für die Anforderungen der verschiedenen Kunden. Die entsprechenden Links zu den 4G- und 5G-Geräten, zum Router Matchmaker sowie weitere Informationen finden Sie unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über wohlwollende Kommentare. Denken Sie an das Abo sowie die kleine Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.